Einfaches Rezept zum Nachkochen Augenbohnenkroketten mit Diyoshenfglasur Menge 4 Portionen 400 Gramm Augenbohnen schwarz, über Nacht in Wasser eingeweicht 2 Esslöffel Petersilie oder Koriandergrün frisch, gehackt 0,5 Teelöffel Meersalz fein 1 Esslöffel Shoyu Sojasauce 1 Teelöffel Kreuzkümmel gemahlen 400 Milliliter Distillöl zum Frittieren 100 Milliliter Gerstenmalz oder Reissirup 1 Esslöffel Diyoshenf Die eingeweichten Bohnen gießen Sie ab, kochen Sie und geben die Bohnen in einen Mixer geben. Die Petersilie oder das Koriandergrün, das Salz, Shoyu und Kreuzkümmel geben Sie dazu. Nun alles mixen, bis die Bohnen fein zerhackt sind, aber bitte nicht zu Brei pürieren. Die Mischung wird feucht sein, sie sollte aber zusammenhalten. Die Bohnenmischung formen Sie zwischen den Handflächen zu zwölf Kroketten. Das Distillöl erhitzen Sie nun in einer gusseisernen Bratpfanne auf etwa 170 Grad Celsius. Um das Öl zu testen, lassen Sie eine winzige Menge der Krokettenmischung hineintropfen. Wenn es heftig sprudelt und aufsteigt, hat das Öl seine richtige Temperatur. Das Öl aber nicht so heiß werden lassen, da es raucht. Jetzt geben Sie vier Kroketten in das Öl und frittieren Sie etwa vier bis fünf Minuten auf jeder Seite. Dann nehmen Sie sie mit einer Schöpfkelle heraus und legen die Kroketten auf einen mit Küchenkrepp ausgelegten Teller. Für den Dip vermengen Sie anschließend den Sirup und den Senf in einem kleinen Kochtopf. Den Dip erwärmen Sie bei kleiner Hitze, bis er leicht kocht. Die Kroketten sollten Sie noch heiß mit dem Dip servieren. Viel Spaß beim Kochen!